Was machen wir heute hier? Wir machen hier Fotos für unser Abibuch und das wird ganz toll. Wenn du mal gucken möchtest, die Corona hat sich schon ganz toll verkleidet. So, möchtest du jetzt... Und das sind unsere super Fotografen, wenn ich mal selber filmiere. Du bist geschafft? Ja, perfekt war's. Vielen Dank an Patrick. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja,� Ich Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und wir danken auch Microsoft für diese tolle Fehlermeldung. Bis zum nächsten Mal.